Das Gras hängt gut. Ach, hier darf ich wieder nicht runter. Super. Äh. Hm. Wurde ich jetzt nicht schlauer. Stirb, Juwel. Aha, okay. Okay, finde ein Portal nach Hause. Mir gefällt, dass sie hier Quests reingemacht haben. Oh ja, das geht heute auf die Birne. Das hilft alles nicht, ich muss näher ran. Aber der kommt zu mir, als ich Dresche abkomme. Und der auch. Ich werde noch ein Meisterschütze hier. Das gibt ja immer noch, gibt ja nicht. Das zählt nicht. Ey, ach du kannst ja durchschießen oder was? Weg. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht so schwer sein, euch zu treffen, ne? Na endlich. Oh, wo kommst denn du her? Weg. Gibt's ja nicht. So. Ist auch noch einer. Aha. Den Trevisor einfach nicht. Geh weg. So. Binde ein Portal nach Hause. Sieht doch ganz gut aus. Das traut mir bestimmt wieder Haufen Drecksäcke auf. Natürlich. Schnell rein in den Spawn. Das hat sich bewährt. Ein Luftballon. Ein Heißluftballon. Ey, was soll denn das? Boah, wie viele Luftballons hier kommen? Ballons. Geht weg. Irgendwas abschießen hier. Sonst staut sich das dann irgendwann zu sehr. Äh. Äh. Aber nicht verarschen, oder was? So geht das nicht. Stücke ran noch. Aber gut, dass aufgepasst wurde, dass man nicht allzu sehr bescheißen kann, sag ich mal. Ne. Ich traue noch ein Stück rüber. Das Portal ist schon offen. Ich traue mich bloß noch nicht ran hier. Stürb. Du auch. Tja, diese Buggy Wegfindung kann mir auch mal nützlich sein. Aber es ist uns einfach zu viel, dass wir mich ein paar Gebot machen. Okay. Warte mal, ich kann doch hier. Ach so, das ist bloß. Das braucht auf jeden Fall mehr Schaden, so. Über diese Ballons. Über diese Ballons. Ich muss einfach hochrennen jetzt, sonst werde ich nie fertig. Rein, 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 rein. Gut, geschafft. Äh. So, auf zum nächsten Level. Wir wollen hier immer noch eins. Sunset Pass. Ja. Das ist cool mit Alternativ-Wägen und so'n Zeug, aber das mit dem Crossfire, was jetzt gar nicht mal angezeigt wird. Das funktioniert nicht so doll, ne. Äh, ja. Ich mach doch mal lieber nen Bogen mal gucken. Na, da kommen sie schon. Oh, Magie haben die jetzt auch noch. Ich hoffe, mich abzuschießen. Das darf bloß ich. Und weiter geht's. Und etwas langsamer, mit Geduld. Mein Hirn fühlt sich mal wieder verarscht. Was ist denn hier oben? Giegen auf jeden Fall. Ich hoffe, sie sind tot. Ja. Was einige Leute, ähm, in Steam geschrieben haben, was sie gerne hätten, dass man die Waffen verstärken kann. Und dass es irgendwie ein Skill-System gibt. Finde ich vielleicht auch nicht schlecht. Ob das nun wirklich zu dem Spiel passt, weiß ich nicht, aber es wär cool. Ich glaube, hier ist nix mehr. Ich bin einfach nur Gegner, um mich auf eine falsche Fährte zu locken, oder? Ja, 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 ja. Weiß gar nicht, was ich die ganze Zeit hier sagen soll. War mich wie YouTuber das machen, also so, so, keine Ahnung, Kronk oder so. 40 Minuten immer was zum Quatschen zu finden. Weiß nicht, also Das ist sowieso ein Problem, jetzt wo ich die Brille auf hab, geht das aber Wenn man jetzt einfach so zu einer Kamera guckt Und einfach mehr oder weniger Selbstgespräche macht Fühlt man sich total bescheuert Es hat ein paar Aufnahmen gedauert, bis ich mir so gesagt hab Ja, ist eigentlich gar nicht so schlimm Oder was er sagt Ja, brauche ich nicht Also, bei mir ist das, als würde ich Wirklich zu einer Person oder zu mehreren Personen reden Nebenbei Was machst du denn hier für ein Blödsinn Ähm Aber am Anfang war das wirklich ein Problem, so Irgendwie Mit ihm nichts zu reden Man fühlt sich dabei ziemlich bescheuert Was ist denn du? Boss oder was? Unter mir ist ein Gegner, ne? Natürlich, natürlich, natürlich Ah, keine Wegfindung hier Schwein gehabt, geh bloß zurück Was ihr hier macht, ist das Letzte Gibt's ja nicht Kommt er wieder Immer fleißig auf die Birne Bei sowas ist so ein Schild und ein Schwert echt gut Was gibt's denn du hier? Du hinterst den Boss doch an ihr Herze kommen Mit die Fress zu plodieren Boss, jetzt geh doch mal weg Hast den du immer noch nie genug Kommst eh nicht ran Und ich vielleicht auch nicht, weiß nicht Geht doch mal weg Mensch Stirb Stirb doch endlich Gott Der haut mich durch die Tür durch, der Drecksack Gut, das geht mal gar nicht, ne? Ich nutze die Umgebung für mich und du haust durch die Tür Genauso habe ich mir das vorgestellt So, dort muss ich hin, das ist das Portal Ganz in Ruhe Ich muss auch mal aufpassen, ich sehe mit der Oculus mehr Wie die im Video Also, das heißt, wenn ich das Schild zu halte, kann schon sein, dass ihr gar nichts mehr seht, während ich hier noch drüber gucken kann Oder halt, wenn ich irgendwo hingucke und sehe das So, in den Augenwinkel noch Das sieht man im Video unter Umständen gar nicht Also, das ist ein bisschen komisch Aber, was willst du machen? Ne Das Video wird auf jeden Fall nicht auf die Originalgröße skaliert Schon wieder ein Boss Weg mit dir Äh, das ging schnell Wer mehr von dir vorgestellt Erwartet, wie auch immer Aber gut Vor allem sieht das mit dir so richtig schön langsam aus, wie man sich bewegt Also, ich laufe ja wirklich langsam, aber Im Video sieht das noch langsamer aus, wie mit der Brille Mit der Brille Ist das schon Oh, was war das denn? Ist das schon ein Move-Man, wo man sagen kann Huiuiui, das wird mir ein bisschen schwindelig So Da ist das Portal, schnell rein Ah, ich stehe schon wieder Zur Kamera weg Ich merke das schon Läuft nicht mehr ganz so flüssig Geht's mal auf den Kopf Kommt noch wer Immer fleißig auf den Kopf Und du machst mal keinen Mist hier Gibt's denn sowas? Er scheint so ein unsichtbarer Mann zu sein Da kann er mir gar nicht viel antun Das ist So Direkt da, wo die Ecken sind, schätze ich mal Deswegen beschießt er mich auch nicht Hallo? Nur noch keine Lust möchte beschießen Jetzt Oder doch nicht So, das Portal ist offen Möchte den Klatteradatschi noch ein bisschen loswerden Weg Ja, ich sah ja, da ist ein unsichtbarer Mann Deswegen Möchte man vielleicht noch ändern Ist ein bisschen nervig Aber ist ja erst nur Early Access, wie gesagt Und da war das Spiel hervorragend Oh, wie viele hier sind Soll ich denn alle abschießen? So hell, man sieht gar nichts Durch das Licht des Spawns Kommst denn du her? Geh mal weg Ich werde das einfach durchlaufen Sonst dauert das ja wieder viel zu lange Den habe ich nicht getroffen Ey Im Oculus Menü wird man immer noch getroffen Das hält das Spiel nicht an Das war knapp Es ist ganz schön rot Lücken Nick Wie Wie 飛